. 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 Mich erinnere. Ich habe das Gefühl dazu. Er ist wirklich schnell unterwegs. ? . ? ? ? ? ? ! . . ? Du kannst ja Lappen. Du musst aufrufen. Ich sehe es. Keine Artikel. Schau mal hier. Das musst du ja so lassen. Das musst du gar nicht ändern. Das musst du gar nicht ändern. Das Einzige, du musst arbeiten, ist vorne das Fahrwerk ein bisschen. Und die Bremse darfst du nicht blockieren. Ja, genau. Ja, genau. Schön, Mathias. Hast du es mich auch beeindruckt? Nach sieben Minuten ist bei mir aber der Akku Lärmbrot zu sehen. So würde ich bitte Bisse frei machen für die Finalistenhoffnungslauf an. 15 Minuten. Meter spoke. Alles wird auf jeden Fall.